In meiner Funktion als Ausbildungsleitung bin ich deutschlandweit für die Ausbildung zuständig und damit sowohl für die Ausbildungsberufe im gewerblich-technischen, im naturwissenschaftlichen, im kaufmännischen und im IT-Bereich. Wir haben 160 Auszubildende am Standort Göttingen und Ruxhagen. Was die Azubis bei uns besonders schätzen, ist die offene Arbeitsatmosphäre. Wir verstehen uns als Coach für die Azubis und begleiten sie in ihren Lernprozessen. Sie vernetzen sich untereinander sehr stark und das fördern wir unter anderem dadurch, dass wir mit einer Orientierungsphase zu Beginn der Ausbildung starten. Der Trend in der Ausbildung bei Sartorius und im Allgemeinen geht ganz klar in Richtung Informatik. Das heißt, bei uns werden Berufe wie der Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder auch der Kaufmann für E-Commerce immer mehr an Bedeutung gewinnen. Aber auch Berufe im gewerblich-technischen Bereich oder auch die Laborantenberufe werden in der Zukunft bei uns noch stärker wachsen. Wir stellen fest, dass es für Schüler eine große Herausforderung ist, sich zu orientieren, welcher Ausbildungsberuf am besten zu einem passt. Wir bieten hier zwei Möglichkeiten dazu an. Das ist jährlich eine Veranstaltung, die sich für your future nennt und wir sind sehr viel an Schulen unterwegs, um das Thema Berufsorientierung zu unterstützen. Man kann sich hier als Mensch wunderbar weiterentwickeln und mit Sartorius wachsen. Innovativ, zukunftsorientiert, abwechslungsreich.